Hm? Sagst du nix mal hin? Wirst du was sagen? Nee. Okay, besser ist es. Na, willkommen, Freunde. Macht das. Neulich. Ja, es ist hier peinlich, dass wir am Bahnhof hier Filme, wa? Ja, köstlich. So, wir gehen jetzt hier spazieren. Es stinkt nach Rauch. Gut, dass wir nicht mehr rauchen, oder? Schon gut so. Stinkt schon eklig. Stinkt schon eklig, ja, finde ich auch. Ich hab Cola gekauft. Weil ich arm bin, musste ich mein Kleingeld raussuchen. Ja. Das Leben eines armen Menschen. Hier ist der arme Mensch. So steigen wir ein. Hier, oder? Ja. Ja. Jetzt fragt sie mich ernsthaft, ob sie süß aussieht. Magst du mich verarschen? Was für ein Glas siehst du süß aus? Hehehe. Wenn ihr euch jemals gefragt habt, wie so ein Frühstück bei uns abläuft. Das zeig ich euch jetzt. Hier, da ist unser Frühstück. Da ist meine Cola. Das ist keine Werbung für Coca Cola. Und ich bin auch nicht der Weihnachtsmacher. Auch wenn ich öfter meinem Säckchen daherkomme. Ja, okay. Da willst du Wärme machen? Okay, warte. Geil. Was sagt denn die Uhr hier? Ne, wir haben bald unseren Termin. Und ja, uns ist langweilig. Ich habe ja, wie gesagt, extra die Cam hier mitgenommen. Damit man ein bisschen filmt für euch. Und zeigen wir uns mal wieder gut selber. Das kann man gut als Selfiecam hernehmen. Oder Vlog kann man. Weißt du, Kleines? Handlich? Oder findest du was anderes? Ja. Ja. Willst du noch so irgendwas sagen? Irgendein Roman oder so? Ne. Ich habe eine Badewanne für dich gefunden. Wo? Wie muss ich halten? So? Oder wie? Schau mal, ich habe eine Badewanne für dich gefunden. Komm mal mit. Sass dich mal da rein. Da musst du dich reinsetzen. Das wäre doch mal was, wa? Was ist denn das? Ich dachte, das sind Knochen drin schon fast. Ja, lach nur. Lach nicht, ach nur. Was denn? Was? Was hab ich denn? Hä? Was hab ich denn schon? Ein Schnitzel? Das ist ja immer noch da. Vielleicht kann ich da dran zoomen. Ne. Sonst würde ich es machen. Geht leider nicht. Das schaut dir so lecker aus. Lächel mal. Komm, wir machen mal ein Foto. Komm mal her. Die denken, wir filmen nicht mehr. So. Machen wir mal ein Foto. Genau. Hochspannung. Was? Hochspannung? Ja, okay. Dann gehen wir mal. Komm. Durch den Matsch durch, oder? Schatz. Ich nehme meine Hand. Super. Nein, nein. Zeig, zeig, was ich mir immer ansehen muss. Hier. Hier. Fingernägel einer Elfjährigen. So. Wenn ich das hier hätte, dann machen wir hier ein Foto. Das sind ja Leute. Oh, sie hat voll geschaut. Die Menschen hat voll geguckt. Wo gehst du hin? Hast du Hunger? Unser Mittagessen schon. Unser Mittagessen? Okay. Was nehmen wir uns? Also ich bin für Döner. Wie krass. 6 Euro. Ja, mach. 2,50 Euro für Pommes. 5 Euro was? 2,50 Euro für Pommes. 2,50 Euro für Pommes. Schon teuer, wa? Lächel mal. Tschüss. Das ist günstig im Vergleich. Tschüss. Ich mache ein Video immer noch. Das weiß ich doch. Achso, das weißt du? Ja. Gott, nein. Ich könnte dir ein paar Screenshots machen. Achso, Screenshots. Okay. Jungs, ihr könnt es aus Screenshots machen. Und wenn ihr ein besseres Bild macht, als wie ich auf Instagram poste bei ihr, dann bekommt ihr einen 3.... Goldenen Penis. Weiß. Okay. Okay. Ich höre jetzt auf. Wer modet, ihr habt dann den goldenen Penis, du, oder? Ja, ja, ich, ich, das ist die Preisverleihung. Der goldene Penis 2023. Moderiert von Alex or Fisch. Ich würde sagen an der Stelle, wir bedanken uns einfach jetzt für das lustige, kleine, aber feine Video, oder? Mhm. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir uns sehen. Tschüss. Eigentlich soll das jetzt ausgehen. Ja, wir machen aus. Ihr findet die letzten beiden Videos. Ich finde das aus.